ja moin leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video beim hoch sauerland gaming ja seit unserer letzten folge hier bei transport fifa 2 auf unserer karte hier ist ja würde ich mal sagen ein klein wenig ein klein wenig noch passiert ich habe ja offline noch mal ja ein bisschen weiter geschaut ob wir noch irgendwas optimieren können dass wir hier mehr geld bekommen ich werde noch ein holzlaster noch ein quasi möchte ich gerne noch kaufen für unseren holz transport hier da wir da noch ein bisschen kapazität haben des weiteren werden wir noch hier ein abfahrer wollte ich eigentlich noch einen abfahrer hier für unsere bretter aber so wie das aussieht scheint das doch zu reichen wir haben jetzt noch 17 hier jetzt lädt natürlich der lkw hier lädt der lkw hier kommt der nächste hier geht es richtig rund so muss das auch sein dass wir hier permanenten fluss haben ja ich werde noch einen lkw noch einen lkw kaufen für unsere holz stämme einer kann nicht schaden wenn wir noch einen haben und gehen wir einmal kargo unseren rungen lkw kaufen wir für unsere ja für die holzlinie nehmen wir den erstmal könnte natürlich sein dass wir dann auch für den späteren zeitpunkt natürlich dann auch noch wieder ein für die bretter benötigen wenn wir jetzt hier mehr holz kriegen oder mehr holz angeliefert bekommen als was wir bretter wegfahren aber das sehen wir dann wenn es soweit ist schaue ich einmal hier in unseren unsere maschinenteile die wir jetzt hier quasi mit unserer bahn dorthin bringen wo es benötigt werden haben sieben stück im lager weil uns einfach im moment hier ein bisschen der stahl fehlt die lok hat elf dabei gucken wir jetzt gleich mal warum wir hier zu wenig stahl haben ja das ist unser zug drei der die marsch das ist die maschinen bahn und das bringen wir hier hin nach altern so und jetzt schauen wir mal warum wir hier ja warum wir hier so wenig stahl nur laden eigentlich dachte ich dass unsere hänger da richtig voll sind wir haben hier auch schon richtig ja was liegt denn hier 41 41 komisch warum wir dann so wenig warum wir dann so wenig da geladen hatten unser stahlwerk produziert fleißig weiter aber es fehlt hier immer ein eisenerz es fehlt uns immer an eisenerz eisenerz haben wir hier unten eigentlich richtig viel ja dann werden wir entweder werde ich eine ja eine zweite strecke bauen eine zweite strecke bauen oder eine strecke nehmen und ja mit zwei zügen auf einer strecke fahren man könnte zusätzlich noch natürlich ja das eisenerz mit lkw es weiter transportieren dies ist aber unwirtschaftlich mal einfach die entfernung zu weit ist mal schauen was wir jetzt hier laden werden ob wir jetzt hier unsere volle 104 wagons voll laden können aber dicke und da stehen immer noch welche und da stehen dann immer noch welche hat sich gar nicht viel getan das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig was wir jetzt machen zweite bahn schreibt das doch mal unten in die kommentare rein ob wir eine zweite bahn oder eine zweite strecke nehmen das würde ich gerne mal euch überlassen jetzt in al duven städt werden wir jetzt hier mal mit dem brot anfangen dafür sollte dann unser geld doch noch reichen das ist der fahrweg nicht zu holt und was wir hier auf jeden fall hier haben wir schon oder ist das eine tram ist das eine tram strecke ist ein straßenfahrzeug sehr schön ist ein straßenfahrzeug depot wird uns aber jetzt diese strecke hier so gefällt mir das nicht weil dies einfach vier spurige 60 große landstraße 100 stundenkilometer werten wir unsere strecke jetzt auf und machen daraus einfach eine autobahn gut das geht nicht hier können wir auch gleich ansetzen und hier können wir natürlich auch gleich ansetzen ja nehmen wir dann noch die einfache einfach hier und zaubern uns hier jetzt quasi so eine straße noch dahin auch hier vorne das erste stück dann geben wir den ganzen natürlich noch einen namen und zwar wir fahren von von hier von hier von hier nach hier und nennen das ganze Kornlinie 1 jetzt muss ich auch nochmal gerade schauen doch das passt ich habe gedacht schon wir fahren hier im kreis aber passt so dann fahren wir hier nämlich unser Korn da benötigen wir nämlich keine Eisenbahn für dort werde ich einfach einen gewöhnlichen LKW nehmen wir müssen nur erst schauen welchen wir hier nehmen alle Güter 25 da werden aber einige LKWs fahren müssen für hier dann nehmen wir mal zwei und lassen diese gleich auf der Kornlinie hin und her fahren so unsere LKWs fahren jetzt rüber wo wir auch ja anfangen bevor es hier auf die große Autobahn geht ja hier machen wir jetzt unser Brot was wir für alt Dufenstedt benötigen das wird auch eine Weile dauern jetzt ähm und dort hier sieht man schon schön wird schon das erste Korn gelagert das modifiziere ich aber gleich dass wir hier mehr Abladeflächen kriegen nee das brauche ich nicht das brauchen wir nicht brauchen wir nur das fürs Abholterminal quasi ja nur fürs Abholterminal unsere beiden LKWs sind auch schon fleißig auf dem Weg hierher ja und wir brauchen dringend Geld deshalb müssen wir mal sehen was wir jetzt als nächstes bauen wie sieht das jetzt hier aus mit unserem Stahl 170 und im Stahlwerk hat sich jetzt auch unser ja hat man unseren Stahl gut weggefahren 64 ist noch so ein kleines ja Problemchen was wir hier haben unsere Kohle da könnten wir eigentlich auch noch einen hinfahren nehmen wir auch noch für alle Güter und nehmen ihn für unsere Kohlelinie dass wir hier nicht so ja ähm was hab ich jetzt gemacht Cargo und das ist auch gleich voll 2 wir haben hier 218 in Kapazität das ist recht viel da muss ich mal schauen ob ich irgendwo noch einen Abnehmer finde für Kohle wir haben hier sehr viel Kohle Werke wo brauchen wir noch Kohle das ist bestimmt wieder sonst wo hier nicht hier nicht Stahl hier ist noch ein Werk hier ist noch ein Stahlwerk von Kusterdingen wo wir mit Kohle anliefern könnten das ist aber eine ganz schöne Ecke von hier bis hier runter das ist jetzt eine gute Frage wie mache ich das jetzt dass ich hier meine Kohle quasi gut verkaufen kann unsere Lager sind einfach voll er fährt jetzt wieder Stahl 39 von 52 bringen wir jetzt hier hin 12 nehmen wir wieder mit jetzt sehe ich aber gerade was hier und zwar lass hier mal ein bisschen aufwerten die ganze Strecke hier ein bisschen aufwerten und darum kümmern wir uns jetzt nicht weiter denn ich möchte jetzt einfach mal hier mit der Kohle weitermachen natürlich werde ich jetzt hier noch ein ein Lager bauen für unser Brot was wir hier abliefern mehr Gebäude wollen wir nicht entfernen jetzt muss ich erst mal gerade schauen dass wir das auch so platzieren wo dieses Brot benötigt wird weiter das werden wir hier rein machen jetzt habe ich aber hier eine Kollision oder ich mache es hier rein ja da muss man immer ein bisschen schauen dass wir auch hier wirklich alles dass wir wenn wir das hier anklicken dann sehen wir hier diesen Bearbeitungsbereich von unserem Dorf oder von unserer Stadt besser gesagt wo Brot in welchem Gebiet benötigt wird wenn unsere Stadt jetzt größer wäre und wir hier auch noch voll hätten und wir bräuchten hier auch noch Brot dann müssten wir ja hier hinten auch noch eine Abladestation hinbauen und müssten dort eine separate Linie für unsere LKWs hin machen dass er einmal hier oben hin anliefert und einmal hier unten hin anliefert oder halt im Stadtverkehr kann man das auch machen aber ist für die Emissionsklasse der Stadt einfach nicht gut wenn wir mal hier drauf klicken wir sehen nämlich jetzt schon dass wir hier in Emissionsbereich Gewässer nicht wo ist es wo ist es wo ist es hier wenn wir jetzt hier unsere Emissionsklasse nämlich ansehen dann sehen wir dass wir hier Wohnhäuser haben und was natürlich sehr viel Emissionen verursacht das sind unsere Dieselloks die wir hier sehen und genauso gut unsere LKWs hier wo wir sehr sehr viel Emissionen verbrauchen ist zwar jetzt im Moment nur 10% ist jetzt nicht viel aber ich werde wenn wir Geld haben natürlich diese Loks verkaufen und natürlich dann wie sich das dann entwickelt auf E-Loks umsteigen werde dies einfach für unsere Emissionsklasse besser ist und auch immer schön weiträumig um die Stadt herumbauen dass wir so wenig wie möglich Belastung kriegen wenn ich dann hier noch einen Personenbahnhof baue um unsere einzelnen hier ja Ortschaften miteinander zu verbinden dort werden wir natürlich dann gleich mit Elektro-Loks anfangen werden hier sowieso einmal mit Zugverbindung alles miteinander verbinden mit Zwischenhalt mit Sackbahnhöfen natürlich wird es auch hier große Flughäfen geben um diese Entfernung einfach schneller zu bewältigen es wird Autobahnen geben der Schiffsverkehr wird angefangen um unser Korn hier hoch zu transportieren es ist so viel zu machen also wir haben hier genug zu tun für unsere nächsten Folgen ja ich rede hier mir schon wieder den Mund fusselig Geldmäßig ist jetzt noch nicht so viel passiert das ist auch schwierig im Moment hier mit dem wenig Sachen richtig Geld zu verdienen wir haben kein Geld für eine Lok wir haben kein Geld um hier große Sprünge zu machen jetzt haben wir mal ein bisschen Geld was natürlich auch gleich sich wieder kürzen wird hier zwischen das Stück werden wir auch jetzt sofort ausbauen nur aufpassen dass ich nicht wieder Einbahnstraßen baue das mache ich sehr gerne große Landstraße hier zack fertig jo was können wir jetzt noch machen mit dem wenig Geld ich würde sagen wir machen einfach hier aus der Zugstrecke ein Ausweichstück um diese Strecke erstmal mit ja mit zwei Zügen mit zwei Zügen auf ja auf einer Strecke zu befahren weil wir das Geld für die zweite Strecke einfach jetzt nicht haben so dann gehen wir hier rüber machen hier ein bisschen Ausweich rein ich weiß es ist jetzt nicht ganz so die feine englische Art aber das wird sowieso nochmal irgendwann umgebaut hier müssen wir natürlich auch gleich Signale setzen setzen wir einmal hier und natürlich einmal in der Gegenrichtung und zwar setzen wir das hier ja haben wir jetzt hier eine kleine Kurve reingebaut ist aber jetzt nicht so tragisch unsere Diesellok ist ja schon im Anmarsch aber wie wir sehen lohnt es sich nicht hier jetzt was zu kaufen denn wir wollen hier elektrisch fahren und wie wir sehen kostet da unsere Lok ja schon richtig gut Geld Tja oder wir nehmen die hier die hat natürlich nur 177 Kilo Newton da müssen wir mal schauen was wir hier rein kriegen wobei das aber humpug ist Tja und die kostet ja schon richtig Geld wir kaufen jetzt trotzdem die um einfach hier jetzt mehr Geld zu verdienen also mal schauen was wir an Geld haben 8 Millionen dann hätten wir 60 Kapazität ist jetzt nicht viel das ist jetzt nicht wirklich viel für 60 Kapazität ja hier irgendwas fahren zu lassen lohnt sich nicht dies lohnt sich einfach nicht LKWs sind einfach zu teuer auf dieser Strecke weil das einfach zu weit entfernt ist ich sehe aber hier wir haben jetzt das was ich schon befürchtet habe unsere ja Kornlinie mir dann doch noch zwei LKWs kaufen und diese hier auf der Kornlinie weiter mit fahren lassen dann stellen wir gleich eine neue Linie von hier nach hier das ist natürlich das ist natürlich die Brotlinie die Brotlinie und da werden auch zwei LKWs zwei LKWs zwei LKWs für die Brotlinie weil wir so viel Brot denke ich mal hier noch gar nicht haben zumindestens wird noch kein Brot hier jetzt produziert für uns unsere Lieferanten sehen wir hier ja Abnehmer haben wir jetzt Alt Dufenstedt 4,5 da können wir auch hier nochmal ein bisschen konfigurieren einfach noch zwei hin dranhängen ja wir starten jetzt hier man startet immer dort wo man als erstes anklickt und auswählt ja man sieht auch schön weil das gerade aufgeploppt ist das Fenster das wollte ich euch mal zeigen was wir hier so die Jahre sind mir eigentlich egal aber was wir so hier jetzt die letzten Jahre ausgegeben haben man sieht dass wir hier ordentlich ja Einnahmen mit der Eisenbahn machen letztes Jahr natürlich viele Ausgaben hatten weil wir einfach viel gebaut haben Investitionen hier sehr groß sind haben aber auch schon ein Jahr mit richtig viel Umsatz gemacht ja unser Kontostand ist jetzt nicht gerade die Welt wir haben ein Darlehen was noch offen ist von 50 Millionen die wir natürlich noch zurückzahlen müssen und hier sieht man jetzt schön den Kontostand von Beginn des Spiels ja geht es natürlich runter weil wir hier wieder ein bisschen mehr weil wir natürlich auch Investitionen hatten dass wir hier unser Spiel auch weitermachen können unsere Gleise ja klar ist auch nicht viel gebaut werden die Städtebevölkerung steigt natürlich an durch mehr Wirtschaft größere Einkaufsmöglichkeiten Arbeitsplätze steigen jetzt auch wieder an es kommt natürlich alles richtig groß ja dazu möchte ich jetzt noch nicht weiter drauf eingehen eingehen und jetzt baue ich erstmal meinen Firmensitz und zwar werden wir den trotzdem hier in Alt-Dufenstedt einmal bauen und zwar schön hier hinten in unserer einmal hier schön bequem hinsetzen im Moment da muss ich aber nochmal gerade was gucken so im Hauptquartier bauen so dann haben wir unser Hauptquartier nämlich jetzt gebaut das habe ich nämlich noch nicht gemacht und hier in dem äh Hauptquartier wenn wir das anklicken sehen wir natürlich auch alles äh als wenn wir hier unten drauf gehen ist ja das gleiche eigentlich jetzt fangen wir mal an zahlen hier mal ein bisschen zurück weil wir natürlich auch hier wie man sieht ja jedes Mal 500.000 Zinsen haben die uns hier natürlich auch fleißig auffressen irgendwann ich würde sagen 5 Millionen sollten jetzt erst einmal reichen die zurück zu zahlen unsere Busse fahren hier fleißig auch weiter wir könnten jetzt eigentlich schon mal anfangen und hier unsere beiden Städte mit einer Autobahn zu verbinden dafür sollte uns das Geld reichen das ist die große Landstraße dreispurige dreispurige Autobahn mittlere Autobahn zweispurige Autobahn mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 ähm ich bin dann doch eher für die 100er Variante ist ja auch im Bahnleben so wer möchte da schon gerne mit 80 auf der Autobahn rumschleichen und wir modernisieren jetzt hier gut haben wir jetzt natürlich auf der Schnellstraße einen Bahnübergang äh ja können wir jetzt gerade erstmal nicht ändern es ist ja auch nur eine Schnellstraße es ist ja keine Autobahn es ist ja keine Autobahn hm hm wie mache ich das jetzt am besten hier weiter weil hier ist ja auch noch ein Bahnübergang Steigung zu groß ach hier vorne hier ist die Steigung zu groß dann mache ich das einfach hier anders dann machen wir hier vorne einfach äh hier einen 50er Bereich hin die Steigung ist immer noch zu groß ich weiß was wir hier machen werden dieses Stückchen hier Straße mache ich hier einfach weg das Stückchen Straße mache ich hier weg und werde ja weil ich möchte gerne ähm ja aus äh weil wir hier oben schon eine äh so ein ja eine ähm einen Bahnübergang haben einfach hier die große das ist natürlich da ist die Steigung auch wieder zu groß ja ich wollte gerne unter den Tunnel drunter durch das wird auch funktionieren denke ich wir müssen nur einfach weiter unten anfangen wir werden einfach jetzt hier anfangen und hier hoch gehen mal schauen ob wir hier drunter durchkommen ich glaub's ja nicht ich glaube nicht dass wir hier durchpassen ne da passen wir nicht durch dann machen wir unsere Schnellstraße halt hier lang ich weiß was wir machen dass wir hier auf der Schnellstraße nämlich keine Autobahn haben werden wir einfach hier rüber gehen das sieht doch schon viel besser aus so ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben wie ihr das gerne oder wie ihr das gemacht hättet und so sieht das ganze doch schon viel besser aus haben wir hier keinen Bahnübergang mehr man könnte jetzt hingehen und könnte natürlich hier noch die Kurve rausnehmen und könnte hier direkt rüber gehen ähm werde ich aber jetzt nicht machen sondern werden jetzt hier unsere Autobahn einmal weiter bauen oder besser gesagt unsere große Landstraße die wir hier haben ja dann verschwindet ein Feld das wird sowieso wieder neu gebaut nur dass wir hier schon mal eine Anbindung haben zu unserer nächsten Stadt nehmen wir hier die große Landstraße so ja Leute ich würde sagen ich spiele da mal offline weiter und melde mich dann demnächst mit dem nächsten Video macht's gut tschüss und das ist das ist der